Hello everybody, this is Pat Eckert, FineLiquids, your water lifestyle company. Wir werden euch diese Woche aus unserem Showroom unsere zweite Folge Wasser, Opfen und Malz präsentieren und zwar, wie beim letzten Mal, gemeinsam mit Mike Schneckenberger. Ich freue mich drauf. Wir zeichnen am Freitag auf und wenn alles gut geht, habt ihr am Wochenende die zweite Folge. Worum geht es diesmal? Ich weiß es nicht so genau. Der gute Mann macht es spannend. Was ich weiß ist, es wird mit Vici Katalan sein. Für alle, die nicht wissen, was ist Vici Katalan, es ist ein unglaublich herrliches, natürliches, karbonisiertes, spanisches Wasser. Sehr besonders, sehr wuchtig, fast schon arrogant. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu unserer nächsten Folge. Gerne hätten wir euch eingeladen, aber Corona in Deutschland verhindert es aktuell. Von daher machen wir das mal wieder nur im Web für euch. Aber wenn ihr dabei sein wollt, live mitverkosten wollt, meldet euch bei uns. Meldet euch an, ihr bekommt die Termine für uns. Wir haben viel Platz hier. Wir freuen uns auf euch. Schaltet ein, wenn es heißt Wasser, Hopfen, Malz von FineLiquids zusammen mit Mike Schneckenberger. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut.